Sie ist Schauspielerin, Showmaster, Sängerin, Malerin, Dänin und Ehefrau, dennoch selbstständig, zudem erfolgreich, mit anderen Worten, sie ist emanzipiert. Wifi Bach! Wifi ist ja, der Frau geht so allmählich zu Ende. Man sollte über das Jahr der Frau noch ein paar Worte verlieren, obwohl viele das schon getan haben, uns darüber unterhalten. Was hat Ihnen eigentlich das Jahr der Frau, das Jahr der emanzipierten Frau gebracht? Unheimlich dufte Schultern hast du. Hast du das Gefühl, haben Sie das Gefühl, dass Sie in einer Männergesellschaft Ihren Mann stehen können nach diesem Jahr? Dein Näschen, der ist auch nicht üblich. Kann es sein, dass Sie einen weiblichen Bundeskanzler befürworten würden? Du hast so schöne braune Augen. Ist es möglich, dass Sie gerne die Rolle des Mannes übernehmen würden? Also deine Haare sind so blank, was machst du bloß? Kann ich mir vorstellen, dass Wifi Bach als emanzipierte, selbstständige Frau einer Frauenvereinigung, einem Frauenclub angehört? Deine Haut ist wie ein Pfirsich. Kann man sich vorstellen, dass eine Frau wie Fifi Bach, die keinem Frauenclub angehört, wahrscheinlich sich in einer Männergesellschaft unwohl fühlt? Sind deine Wimpern echt? Kann es sein, dass Sie wirklich die Rolle des Mannes übernehmen wollen? Gemach doch die Augen zu. Ich möchte konstatieren, ob die Wimpern echt sind. Kann man sich vorstellen, dass Wifi Bach... Kann man sich vorstellen, dass Wifi Bach singt. Sie singt. Sie tut alles. Der Mond muss es gewesen sein. Wifi Bach. Der Mond muss es sein, dass Wifi Bach nicht sein, dass Wifi Bach nicht sein, dass Wifi Bach nicht sein muss. Der Mond muss es sein, dass Wifi Bach nicht sein, dass Wifi Bach nicht sein muss. Der Mond muss es sein, dass Wifi Bach nicht sein muss. Es muss der Mond, es muss der Mond gewesen sein. Früher gab es Kavaliere, die mit mir zum Essen gingen, in das beste Restaurant der Stadt. Jeden Sonntag kam ein Neujahr und es war ihm nicht zu teuer, nur damit er bei mir Chancen hat. Heute hör ich nur, dass man zu Haus am besten ist und dass es in den Restaurants auch viel zu teuer ist. Es muss der Mond gewesen sein, in jener Nacht mit dir allein. Denn heute ist mir sonnenklar, wie schön mein Leben früher war. Es muss der Mond gewesen sein, als ich dir sagte, ich bin dein. Es muss der Mond, es muss der Mond gewesen sein. Ich möchte den Mond, dass du in Deutschland auch frühverlang, Da, 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 da. Bye-bye.